Ja, liebe Freunde des Landestheaters, immer noch nur online, nur aufgenommen. Wir arbeiten daran, dass ab Mitte Juni für Sie auch wieder live gespielt wird. Ich habe das eben in der Aufnahme, die wir hier in der Reithalle machen, erlebt. Es geht nichts über das Live-Erlebnis. Die Musik packt einen körperlich ganz anders. Insbesondere, wenn es so schöne Stücke wie die jetzt zu hörenden zwei Lieder von Jules Masné sind. Amour béni, gesegnete Liebe und Elegie für Sopran, Cello und Klavier, dargeboten von Francesca Paratore, Ung-Wi-Muhn und Paul Willert Förster. Wir wünschen Ihnen noch schöne Pfingsttage. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 War das die dritte? Ja. Ich kann es auch nicht schwer sagen, ich muss die Bedeutung dann einfach mal hören.